recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind eine folge 147 von avorion ja letztes mal haben wir festgestellt dass unser schiff noch weiter ausgebaut werden muss aber wir kein trinium mehr haben und da wollten wir schauen dass wir irgendein anderes schiff was abbauen kann in die passende region schicken um dass wir trinium bekommen alles klar da würde ich sagen nach dem intro gucken wir wie das geht bis gleich so und dann wollen wir mal auf die karte gehen weiter da oben blinkt noch was gelb das grün mir gerade noch anders dass eine r abbauen wir können keine erz oder schrott auf sondern dazu brauchst du einen funktionierenden transporter transporter block selten transporter block plus seltenes oder höheres transport warte man das würde mich jetzt noch mal interessieren bevor darüber springen wir bauen da gerade noch einen transporter block ein und jetzt gibt es denn dann hier und wir haben ja noch ein bisschen was von dem würde auch da gehen transporter block gibt es da auch nicht dann wird es wahrscheinlich nur in sanion geben oder sogar noch schlimmer sanion ist es transporter block kann ich den transporter block jetzt hier so auswählen 250 kost der kleine block da schon und ich tippe immer darauf dass der gar nichts bringt oder das ist schon der kleinste also 250 müssen wir haben damit wir das hinkriegen das kriegen aber nicht hin also ist das schon gestorben okay dann ist das mit den er abbau raumjägern erledigt dann gehen wir ja doch war richtig und dann in die karte rein und müssen jetzt schauen wo hier ein abbauschiff ist spritquelle weiter kraft trappler albatross wer ist denn albatross das trappler dann haben wir gerade gebaut gehen wir nochmal raus und wieder rein das trappler ja genau albatross gucken wir uns jetzt als erstes an schiff in sektor wechseln albatross ich weiß gar nicht was wir da mit dem albatross noch hatten schon lange her ne mal rein ja ein begleitschiff gebaut der elch ist das glaube gewesen weiß ich aber auch nicht mehr wie es war wir werden jetzt gleich sehen distanz doppelshooter distanz doppelshooter und nobel reparatur laser ok so wie es aussieht ist das jetzt nicht unser schiff gehen wir mal darüber dass der elch da wohl mal zwei von borne laube entweder vom albatross oder vom elch ich weiß nicht doppelshooter verdächtigungs laser ok das sind so zwei schiffe die irgendwie verteidigen sollten in der werft steckt wahrscheinlich noch ein drittes schiff drunter was dann noch rauskommen muss aber die werft ist gar nicht mehr da oder wie sehe ich das hier war doch eine werft oder das war falsch albatross nehmen ja nicht ok das ist klar dann haben wir das geklärt hier in dem sektor brauchen wir nicht weiter gucken kraft ist da schiff in sektor wechseln gehen wir mal hingucken uns das gerade an was uns das noch bringt so bergbau bergbau ja das ist doch schon mal was ok mit dem ding kann man was anfangen sammler 2000 trainieren mit der regn an die jägern das kann ich jetzt nicht schaffen weil koordinaten immer ganz so und notizen und sektor markieren das will ich alles nicht was haben wir denn hier noch stationen anzeigen und schiffe auf befehl anzeigen stationen ach so da kann man an und aus gut also die frage was gibt es hier zum abbauen das fliegt auf jeden fall schon mal gut grün sehe ich auf jeden fall aber blau da ist weiß blau ist auch hier trainieren mit sehr ok das würde bedeuten wir müssten hier dem schiff da wollte ich gar nicht hin man das auch ein asteroid abbauen rechte er baut ab oder auf jeden fall so aus ja läuft ok das würde bedeuten das ist jetzt kraft ich gehe ein anderes schiff wieder rein und zwar hier in unseren traveler schiff in sektor wechseln traveler ist gut wir wechseln darüber und befähigen den kraft dann dass er weiter abbauen soll so das haben wir hier erledigt jetzt gehen wir hier rein wählen den kraft aus abbauen da unten ist er ich würde ihn jetzt tatsächlich mehr in diese region schicken wollen soll das nur ne umgekehrt eisen soll er nicht die taten soll er nicht nah nicht kann er und das kann er wohl nah und nicht brauche eigentlich auch erstmal nicht mehr wollen wir das hier haben da gibt es auch richtig viel gefahr für hinterhalt 56 prozent ok wähle ein anderes lief für den befehl ja 48 prozent 42 prozent das war jetzt doof zurückrufen craft noch mal das ganze so dauer eine sichere modus das war so das abbauen weglassen und das abbauen und starten so jetzt weiß der was der tun muss ne hoffe ich so und wir sind jetzt hier und sollten jetzt überlegen was wir mit dem hier weitermachen befehle ich ihm von jägern ist klar dann heute ist weiter der komplette guide bei ihr freund kino der adventure jetzt sollte ich 2500 von den dingern sammeln dafür bräuchte diesen transporter block ja jetzt wäre noch die frage was haben wir denn für wappen hier drunter oder dann müssen wir daraus da rein und darüber gibt es bergbauer die das passende material haben titan brauchen wir schon mal nicht auch bei einem bergbauer effektive duo der der würde auf jeden fall schon mal funktionieren dass wir xanien abbauen können da ist alle nix bei jetzt war tatsächlich ist nur diese eine da und das war hier ohne der merkleuterefinition slot schadens typ wir stehen beim abbau zu ressourcen ok der ist also schon mal der richtige den mussten schützen beim block aus zahlen besser bauen alles klar das heißt wir müssen jetzt erst noch einen block haben der aus xanien besteht frachtraum generator integrations welt generate computer kern transporter aber das wäre ja nicht möglich weil schon den transporter kann ich schon mal nicht bauen den transporter kann ich schon mal nicht bauen quartiere korrektur düsen gerichtekorrektur düsen und birophalanx fensterlose hülle da kann wir schon mal was voraus machen den wollte ich nicht ich wollte den haben dann gibt mir gerade die achse die spiegelachse so dann sehe ich dann zack spiegelachse kann weg und jetzt haben wir den da und können den da drauf bauen so jetzt haben wir das jetzt können wir schauen dass wir diese kanone dann auswählen in diesem fenster das ist nur die frage wo er ist ja der müsste hierbei unbewaffnet eigentlich sein da ist er und wir haben keine bergbauleute und deswegen geht das nicht 1 2 3 ich glaube wir können das mit vier belegen hier oder jetzt brauchen wir bergbauleute noch schnell raus hier und wir sind noch gedockt kuhan anheuern bergbauleute da sind sie ich weiß noch nicht wie viel grad brauche steht das hier irgendwo vier bergbauleute brauchen wir anheuern fertig dann müssen wir hier hin und müssen die auswählen ach so schütte ich glaube die brauchten wir jetzt nicht das noch mal gucken eigentlich müsste das jetzt klappen schießen damit abbauen ja wird es wohl so und jetzt müssen wir nur in einer region wo es xaneon gibt abbauen da müssen wir wahrscheinlich mehr in diese richtung aber das machen wir in einer der nächsten folgen und da würde ich sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen würde mich freuen mir das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch keiner macht eins falls euch die vorgefallen hat gibt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wir das nächste video lade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao auf